hey leute danke dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren folge let's play wie wir mit unserem paladin ja ich nachdem wir letzte woche eine instanz gemacht haben bin ich schon mal zur tochter hingeflogen und jetzt gehen wir mal schnell die aufgaben ab und nehmen die neuen aufgaben an der ingenieur und das wird wahrscheinlich die verlorene tochter sein genau meine tochter an die arbeit sehr schön so hier vorne gibt es auch gleich noch mal eine aufgabe schön euch zu sehen so dann wollen wir mal ich glaube wir müssten mal die säcke und auch mit dem drei stück die absetzen so ist nummer zwei da unten soja was gibt es neues ihr seht ihr wisst mittlerweile es gibt ein neues projekt mit also nicht neues projekt der jürgen hat sich und mein projekt mit angeschlossen als hochhelfer erntehelfer wie auch immer wie man es nennen will auf jeden fall hilft er mir schön fleißig das finde ich echt super leider sind die aufnahmen ton technisch total daneben gegangen nachdem ein update an meinem programm war hat es das irgendwie alles verstellt schade es tut mir leid aber ich habe ein kleines info video extra davor gemacht ihr wisst dass ich dass mir das total zum herzen ging dass das nicht ging also falsch auf jeden fall jetzt testen wir mit 9 mit 19 einstellungen ihr wisst es aber mittlerweile läuft das eigentlich ganz schön gut mal gucken mit nur wie ich wahrscheinlich auch schon wieder aufgenommen haben auch schon neue sachen rausgefunden woran es gelegen hat ja aber ihr wisst es ja so was haben wir denn hier das hier mit sehr schön seite auf der hut so gucken wir mal acht goldene töten was mit denen das machen ich bin ein bisschen verwirrt welche oder die da oben die muss ich tun wusste ich doch dass ich die töten ist noch nicht da unten so ja maschinengewehr ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas an wie sie ja ich will sie mir auch noch und raketen reinschießen und aufgabe abgeschossen das ist sehr schön einfach mal die raketen reingerotzt wenn man verfolgt ja mal gucken ob das aufhört ja müsste schon aufhören so kann ich die nächste aufgabe abgeben geht das direkt vom helikopter natürlich nicht absteigen wieder und fallschirm jetzt sind sie auch hier die wir töten mussten ich bin ganz so man sieht sie ok aufgabe erfüllt zurück dann mal auf wo ist der forscher jahren ok oder forscher jahren abgeblieben ist ich glaube das war unten an der küste wenn ich mich nicht jetzt ganz irre täusche genau hier runter das erst lassen wir jetzt mal kurzer liegen auch stuhr flug weiter geht's stuhr flug ich weiß spiele kind da ist er ja der forscher lust auf ein glas hier immer so durch den kopf entlang der küste wahllos 15 diener geißel zu töten ok das sollte ja kein problem sein nur komm her hier seid ihr auch diener der geißel echt glaube ich nicht so wir haben ein bisschen rein da müssen wir doch uns mal ein bisschen heilen so lassen wir mal den hammer kreiseln zu weit entfernt glaube ich nicht zack haben wir haben wir sehr schön ich habe kein ziel ich brauche ein ziel so lange ein paar und die geißel getötet das ist sehr schön da kommen dann ziehen wir euch auch noch zu sagen dich nehmen wir mit du kannst auch noch hier eine gruppe mit kommen jetzt müssen wir uns aber machen und zack uns einmal ein bisschen hoch einst dann noch mal da kommt noch ein moorlog wir sind verwandelt zack noch kurz hoch geheilt machen wir mal die hammer kreiseln dass wir so mal schnell runter kriegen und die laufen schon weg die feitlinge weil sie wissen dass das nichts wird zack hammer du kriegst den ersten hammer du siegst du kommst zurück du kriegst den zweiten hammer du kommst mit ich muss näher ran du kommst auch mit zack weihe und damage damage töten tötete 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 dich das war glaube ich gerade auch falsch ne eine aufgabe zack annehmen wenn man mit die aufgabe so sind die nächsten hier sag ich überhaupt noch ein paar da kommen ja drei stück das ist okay eins dann noch mal weg noch viel sind sogar zack da lassen wir mal kurz das kreiseln dann gibt es noch hammer schlag noch ein richturteil auf der erste schon mal weg dann heilen wir uns noch mal kurz hoch ich brauche ein ziel dann brauchen wir auch noch ein dev cd mit rein zack ich habe kein ziel dann heilen wir uns mal kurz ein bisschen hoch zack dass ich weitergehen kann wie viel braucht man denn noch zwei uh das passt da stehen noch zwei zack morlock wieder töten und ein geist zack sehr schöne aufgabe fertig können wir abgeben hinter uns ich glaube danach müssten wir die kristalle zerstören das war glaube ich so guck mal so schönen guten tag hallo hallo sag ich doch die kristalle zerstören fahrt mit euch so die kristalle zerstören der erste zerstört den zweiten hatten wir da gerade noch freigeräumt genau der nächste zerstört so brauchen wir noch platz für den dritten wo ist der dritte da war das natürlich so viel los naja landung und zack das hat schon ganz schön aber ich bin da weil ich gar kein kaum sound meine ich stelle gleich nochmal ein bisschen dran rum kann man mal im kampf machen sound ja jetzt sollte man wieder ein bisschen mal gucken ob das zu laut ist kein ziel kann man das noch ein kleines bisschen minimieren das ist ganz runter so wie sind das habe ich es jetzt weg gedrückt so passt das jetzt so jetzt muss man den stein noch zerstören zack 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 werfen wir noch einen hammer drauf sehr schön zerstört dann können wir aufmountain ja mal gucken ob wir noch eine folgeaufbau bekommen ich glaube das war es dann hier oder müssen wir noch einen oberbösen töten ich glaube nicht einer von einer geißel ich glaube nicht das glaube ich das braucht man nicht mehr ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher so es gibt schon schöne schuhe wir nehmen die schuhe mit nein da gibt es nichts mehr ok dann machen wir jetzt das hier fliegen wir nach da das brauchen wir da ihr ihren einen uhr angst ein dunkel augen ok aber das ärzt nehmen wir jetzt mit dann schaffen wir sogar noch ein level in dieser folge das ist sehr schön dann sind wir schon 68 haben wir drei level geschafft sehr schön in einer aufnahme session gut für jede woche ist nur eine folge da wisst ihr bescheid das wisst ihr ja sowieso ein rahm ob nein ok ach ja so warte mal jetzt müssen wir da und ach das sind so knall und die kommen runter stimmt so war das so ja und jetzt müssen wir dann noch darum sind ganz viele und dann haben wir das auch geschafft so so zack so viele spinnen ich hasse diese spinnen die kann man sich glaube ich für zwei millionen gold kaufen und da hat man sie als reitier aber wer gibt denn zwei millionen gold dafür aus gut nur die leute die ohne ende gold haben ich gehöre da nicht dazu so guck mal kommen wir da ein paar runter einer ne nur einer kommt runter so zack und haben wir auch so das war der falsche den ich da angeschossen habe egal aber warum gibt es denn keine ahgen werfen knallvorschlüsse 20 meter unter einer ok ich werfe doch krieg aber kein auge irgendwas mache ich falsch irgendwas glaube ich mache ich falsch möchte ich das echt immer auf der falschen taste so jetzt haben wir mal die tasten bisschen verändert ich habe kein ziel klein wenn wir jetzt mal ein auge immer noch nix mache ich irgendwas falsch ich weiß es gar nicht mal gucken wir wollen uns jetzt noch mal ein auf jeden fall hier laufen wir mal so viel mobs rum ne hier laufen wir mal so viel mobs rum ne so zack 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 das zeigt mir auch nichts an ne dass ich was von denen looten muss ich brauche ein ziel inventar ist voll das inventar ist auch noch voll gucken wir nochmal so wir nehmen diese knarre ich denke ok wir müssen kriegen wir noch was von denen bekommen wir sind auch im richtigen gebiet das ist echt merkwürdig da kommen ja doch über uns war gerade noch einer na los ja zack einmal noch hm an ein testen was jetzt noch als kum oder auch noch so ein haus zack so und haben wir haben wir so ich habe kein ziel ok wir testen es jetzt noch einmal ansonsten gucken wir nächste woche was passiert so komm her ja und weh du hast jetzt kein auge dabei was wir brauchen so komm her und haben auch nichts dabei na gut ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben ob ich irgendwas falsch mache oder nicht auf jeden fall sehen wir uns nächste woche ich danke euch fürs zuschauen bis demnächst auf wiedersehen tschüss auf wiedersehen tschüss auf wiedersehen tschüss